Das ist sie. Och, sie sieht entzückend aus. Ja. Ich mag wohl erstmal ein bisschen mit ihr rumfummeln, bevor wir... Du weißt schon. Zur Sache kommen. Du weißt schon, was ich meine. Ach, tut mir leid. Du musst lauter sprechen, mein Sohn. Ich habe so ein Klingeln in meinen Ohren. Mein Arzt meint, es könnte was zu tun haben mit meinem nervösen Herzblubsen. Ach nee. Mein Darm blupst auch. Oh, vielleicht hast du eine Laktose-Allergie. Nein, nein. Ich furze einfach zu viel. Und dann werde ich immer so müde. Müde? Oh, damit kenne ich mich aus, mein Lieber. Ich habe genau das Richtige für dich hier. Nimm ein paar davon, die machen mich sofort müde. Danke. Danke schön. Schmeckt wie Kacke. Was hast du noch da drin? Guck ruhig rein. Gedien dich nur. Also, äh... Fliegst du auch nach Las Vegas? Äh... 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 Hey, wir servieren jetzt das Essen. Zur Auswahl gibt es heute Hühnchen-Picata oder Seafood-Gumbo. Picata! Äh... Entschuldigen Sie, ist in dem Gumbo Mais drin? Ich bin Korn Julio. Ich brauche Picata für mein Arschloch. Sie müssen warten, bis Sie an der Reihe sind, Sir. Soll das eine Drohung sein? Mein Arschloch kann nicht warten. Arsch Julio. Arschlochio. Arschloch. 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 Ah, hey. Ich hab'n Bier. Arschloch. Willst du auch mal? Arschloch. Ich bin Korn Julio. Arschloch. 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 Weckte aus dem Cockpit! Nach dir. Sofort. Das war's für heute.